Wir machten unsere Engel zu Winden, dort wo die Vögel zwitschern, wo man morgens nur von den warmen Sonnenstrahlen geweckt wird und der Wind scheinbar endlos durch die Gassen und über die Felder säuselt, wo man durchatmet, runterkommt und die Ruhe und Natur genießt, wo man scheinbar nichts außer dem fast unwirklichen Klang der Natur lauscht. Genau dort ist das Münsterland zu Hause. Genuss und Entspannung haben hier viele Gesichter und Gäste aus nah und fern, die einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen und nur in diesem Moment leben möchten. In unserem idyllischen Ort geht das so wunderbar einfach und unvergleichlich urig. Und wenn die schöne Unterkunft den Aufenthalt so richtig perfekt abrundet, dann kann man wirklich durchatmen, runterkommen und die Ruhe und Natur genießen. Akzenthotel Tietmeier. Einfach einladend.